Meine Freundin ist ne verdammte linke Ratte. Warum? Das erzähl ich euch jetzt. Aber es fängt schon damit an, dass sie mein Essen klauen will. Ich finde dich so schön wie ein Engel und deine Augen sind so klar Oh, jetzt! Ey, 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 ey! Das ist mein Joghurt! Ja und, das ist doch nur ein Joghurt. Deine Schminke ist auch nur Schminke. Und, nehm ich deine Schminke rein? Ja, aber was ist mit der Schminke? Was willst du mit Schminke? Ich will gar nichts mit deiner Schminke. Lass mir einfach meinen Joghurt. Hochnäsige Ziffer! Ich finde dich so schön Auf den ersten Blick scheint sie ein Engel zu sein. Aber sie hat das Faustdick hinter den Ohren. Wirklich. Döner Klöße. Die hab ich gern. Sie schmecken mir am besten. Hast du meinen Joghurt gegessen? Nein, hab ich nicht. Bist du dir da ganz sicher? Ja, ganz sicher. Du hast doch den Joghurt am Mund! Das ist nur die Wehrcreme. Ich hab mir eben das Gesicht eingecremt. Natürlich. Wenn es Ende des Monats ist und sie kein Geld mehr hat, überlegt sie wie sie an Geld kommen kann. Hm, was könnte man so machen? Vielleicht jemanden überfallen? Vielleicht den eigenen Freund? Ganz tolle Idee. Ach man, als ob ich das nicht checke. Geld hör oder ich schieße. Was? Geld hör oder ich schieße. Das sind doch deine Finger und keine Waffe. Nein, das ist eine Waffe. Geld hör oder ich schieße. Schatz, bist du das? Nein, ich bin nicht dein Schatz. Ich kenn doch deine Stimme. Ich bin nicht dein Schatz. Äh, aber das sind doch die Klamotten von dir. Nein, ich bin nicht dein Schatz. Okay, ich hab jedenfalls kein Geld mehr. Schatz? Aber sie linkt mich auch mit kleinen Dingen. Wie zum Beispiel mit Reingeguckt. Wenn ich weg bin, spielt sie sogar an meiner Playstation. An meiner Playstation. Und redet mit meinen Freunden. Meinen Freunden! Ja, ich bin in allem besser als er. Wie du siehst auch in Videospielen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mit ihm zusammen bin. Er ist eigentlich voll der Spaß, aber irgendwie ist er ganz nett. Sie lässt mich nicht mal in Ruhe, wenn es mir wirklich schlecht geht. Ich meine, mein Arsch tut weh. Was hast du denn? Ich weiß es nicht, aber es juckt und brennt und zieht nichts hoch. Ja, dann geh doch mal zum Arzt. Ja, mach ich. Ich hasse Ärztes, weißt du. Was denn? Da hast du was. Da hab ich was? Ja. Du wirst mich doch eh wieder reinlegen. Was ist denn da? Du hast ein Kack hier. Ein Kackfleck? Ja. Du wirst mich reinlegen, ich kenn dich. Du legst mich mal rein. Dann lass das. Okay, dann laufst du rum. Also wenn ich jetzt da hingucke, dann machst du nichts? Nein. Das ist wirklich ein Flake? Ja, ha. Das hat verdammt weh getan. Sie lässt mich nicht mal schlafen. Schatz, Schatz, steh auf! Unser Haus steht in Frankreich raus! Schnell! Komm Schatz, komm! Nein! Das war nur Spaß, hab dich verarscht! Dein Ernst? Warum liegt dir eigentlich so viel zu Schleppenpapier? Ähm, schnupfen. Und die linke Ratte, die sich meine Freundin nennt, ist sogar link, wenn mein bester Freund da ist. Und dann kommt Hulk. Du kennst ja Hulk, ne? Ich bin hier im Zimmer mit einem Kollegen. Kommt Hulk. Thor wirft seinen Hammer. Hi, Schatz. Hey. Hi. Dennis, meine Freundin. Hi. Das ist Dennis. Und wo war ich stehen geblieben? Ach, Thor. Der schmeißt den Hammer auf. Der Hammer fliegt. Zu Hulk, ne? Fliegt nach hinten. Wie war dein Name nochmal? Dennis. Ah. Was machst du da, Schatz? Ähm, massieren? Ähm, wenn, dann solltest du doch mich massieren und nicht meinen Freund. Ja, aber das sind doch unsere Gäste. Sie ist so link. Ich weiß, sie würde nie was machen, was mich wirklich verletzt. Trotzdem ist sie link, ne linke Ratte. Meine kleine linke Ratte. Ich bin stinksauer, aber ich mag sie auch. Sie hat ja nicht nur schlechte Seiten und die Streiche spielt sie mir auch nicht immer. Also, eigentlich ist sie schon ein cooles Mädchen. Ich mag sie, wie sie ist. Aber manchmal ist sie halt einfach, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen übereifrig. Wie kann eine alleine so link sein? Naja, wie sagt man? Wie der Vater, so der Sohn. Äh, was? Ich hatte die ganze Zeit halt... Also, ist da wirklich ein Flake? Du musst mich nicht reinlegen. Nein. Nein. Sag genau der Richtige. Warum? Ich weiß genau, was du getan hast. Warum sag ich's zu machen? Ja. Ich weiß genau... Warum geht dir eigentlich so viel... Ach, ohne das. Oh, Strum? Sag, sag, äh, sag mir mal wie geht es. Guckst du nach unten? Sag mir mal wie geht es. Ja, okay. Oh, Mensch. Warum lachst du? Entschuldigung. Scheiße. Ich weiß. Ich weiß genau, was du getan hast. 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 Bist du das? Ich bin nicht dein Schatz. Ich erkenne doch deine Stimme. Ich bin nicht dein Schatz. Wie bitte? Wie bitte? Haha! Bis zum nächsten Mal.